Dann kann ich nicht. Und dann werde ich gesperrt. Willst du das? Nein, das will ich natürlich nicht. Aber ich will auch nicht, dass du ihn beleidigst. Du, bitte. Und dann? Gehe machen. Gehe, das ist das Beste. Ich will keine Gehe machen. Ich will nicht. Ich will keine Gehe machen. Will ich nicht. Bei Allah, ich will nicht machen. Wenn Umut ein Problem hat, er ist doch da. Er kommt. Er soll kommen. Was willst du denn? Verstehe ich nicht. Ich will mit jedem Streit haben. Und dann? Was hast du davon? Alles, fertig aus. Ich lasse mich nicht mehr runterkriegen. Ich lasse mich von niemandem mehr verarschen. Junge, du warst Sklave der Familie Abou-Chaka. Keiner hat dich runtergekriegt. Wir haben dich alle immer mit offenen Armen gedinkt. Der Einzige, der Sklave von Familie Abou-Chaka, bist du. Du bist der Einzige. Du traust dich nicht raus. Du traust dich nirgendwo mehr unter Familie Abou-Chaka. Zum Boxkampf mussten wir dich abholen. Als wir nach Essen fahren mussten, mussten wir dich auch abholen. Deswegen rede ich über mich. Berlola, ich meine es gerade nicht ernst. Ich weiß, du magst mich privat. Ich weiß es. Bei Allah weiß es. Sag nicht irgendwie Familie Abou-Chaka. Ich habe Familie, ich habe Geschwister. Ich bin von niemandem Sklave. Lieber, ich sterbe. Hast du verstanden? Ich habe immer meinen Mund gehalten. Ich bin immer zu jedem korrekt gewesen. Aber wenn ein Yasser über mich redet, Yasser redet über mich, sagt, ich bin besoffen und ich bin auf irgendwelche Substanzen oder so, hast du dich falsch geschnitten, mein Freund. Dann müssen wir uns beide überlegen, wer auf was ist. Sag mal. Ach so, Azita, meinst du? Hab ich nicht gesagt, aber die Leute wissen, was du jetzt gemacht hast. Tschüss, die Adria, meinst du? Öff. 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 Öff.